In diesem Film möchte ich Ihnen einmal die Oberfläche der Book Factory Software etwas näher bringen. Gleich zuoberst hier haben wir, wenn wir mehrere Projekte geöffnet haben, die Möglichkeit zwischen diesen beiden Projekten hin und her zu schalten. Ich habe jetzt hier Leiderlaus ein Projekt, das ich beendet habe und ein aktuelles, das ich noch nicht gespeichert habe. Wenn ich nun neben diesem Aufklappmenü in dieses X hinein klicke, dann kann ich ein geöffnetes Projekt mit Speichern oder eben jetzt in meinem Fall Nichtspeichern wieder schliessen. Dann ist nur noch ein Projekt geöffnet und dieses könnte man ebenfalls hier wieder schliessen. In der Übersicht meine Fotos hier rechts, da kann ich die verwendeten Bilder erkennen, die eine grüne 1 haben und hier ist zum Beispiel eines, das in meinem Layout noch nicht verwendet ist. Und daran erkenne ich, was bereits in meinem Layout platziert ist und was nicht. Ich habe ebenfalls die Möglichkeit, nicht verwendete Bilder anzeigen zu lassen. So habe ich natürlich schneller im Überblick, welche noch nicht platziert sind und diese dementsprechend im Layout noch unterbringen. Das zeige ich dann auch in den kommenden Filmen. Weitere Bilder können über diese Funktion hinzugefügt werden und ich könnte jetzt in meine Struktur gehen und weitere Ordner diesem Projekt hinzufügen. Das lasse ich mal und ich gehe nun in die Detailansicht. Und hier wird es spannend. Hier habe ich die Möglichkeit Hintergründe festzulegen und durch Doppelklick auf eine Doppelseite zum Beispiel, da habe ich dann die Möglichkeit einzelne Bilder anzuwählen und demzufolge erscheint hier ein Menü in den Details, wo ich auf Bilderrahmen gewisse Bildereffekte und so weiter anbringen kann. Wie komme ich nun aus dieser Doppelseitenansicht wieder zurück? Ganz einfach, ich gehe hier auf Seitenübersicht. Mit Hintergründe und Stickers, da könnte ich solche Hintergründe herunterladen. Ich habe hier mal den Herbst heruntergeladen. Durch Doppelklick erscheinen mir sämtliche Hintergründe, welche ich einfach per Drag & Drop dann auf diese Seite zum Beispiel, ich mache das mal, anbringen könnte. Wenn ich das nun zurücksetzen möchte, dann kann ich hier unten mit dem Knopf Rückgängig hier diesen Hintergrund wieder herausnehmen lassen. Wichtig noch im Bereich der Ansicht, ich nehme mal diese Doppelseite. Sie sehen hier einen Gestaltungsraster, den kann ich unter diesem Punkt hier festlegen. Ich habe hier ein 4x4 Rasterfenster gemacht mit gewissen Definitionen, da sind sie frei, das können sie automatisch. Sie können dann auch, um die Bilder wieder nicht magnetisch am Raster auszurichten, dies deaktivieren und so können sie Bilder dann wieder ohne am Raster ausgerichtet gezwungen zu sein manuell platzieren. Wir haben ganz links oben die Druckvorschau. In dieser Druckvorschau sehen sie dann die beschnittenen Seiten und der Raster wird auch ausgeblendet. Ich kann das nochmal zeigen. Wenn ich den Raster nochmal einblenden lasse und jetzt in die Druckvorschau gehe, dann sehen sie wird er auch automatisch ausgeblendet. Hier rechts auf der Seite könnte ich für die rechte Seite noch neue Vorlagen definieren mit neuer Anordnung von gewissen Formen. Oder ich könnte auch zurückgehen und zum Beispiel die Jahreszeiten hier aufrufen und von hierher eine Seitenvorlage anbringen lassen. Das lasse ich mal. In der Mitte, wenn ich da drauf gehe, dann habe ich die Möglichkeit Panoramaseiten zu erstellen, auch aus Vorlagen auszuwählen und selbstverständlich könnte ich hier auch aus den zum Beispiel Jahreszeiten, die ich heruntergeladen habe, eine Doppelseite generieren lassen. Dasselbe natürlich ganz links. Ganz links unten kann ich noch den Zoom einstellen und etwas genauer meine Bilder einzoomen. Gehe ich einmal hier oben zurück auf die Seitenansicht, ist es natürlich auch in der Seitenansicht möglich, diese zu vergrössern. Wie bereits erwähnt, wenn ich ein Bild hier auswechsel, habe ich unten in dieser Leiste die Möglichkeit, das Ganze wieder rückgängig zu machen. Und da kann ich mehrfach zurück mehrere Schritte. Natürlich auch wieder das Gegenteil. Wenn ich auf der rechten Seite nochmal mir diese zwei Funktionen anschaue, ich kann eine Doppelseite neu anlegen lassen in meinem Dokument. Dazu gehe ich wieder etwas auszuwählen und ich kann diese Doppelseite hier mit diesem Papierkorb auch wieder aus dem Dokument heraus entfernen. Ganz am Schluss in den Warenkorb. Es wird in einem speziellen Format mein Dokument aufbereitet. Ich sehe jetzt, ich hatte schon etwas in meiner Bestellung drin und das neue Dokument wird dann dementsprechend hinzugefügt. Und ich könnte jetzt mit einem Gutscheincode allenfalls noch meine Bestellung abschliessen und ich bekäme in den folgenden Tagen darauf mein eigenes Fotobuch. Das einmal der Überblick über die gesamte Oberfläche und jetzt in die Details.